hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und wir sind heute wieder im spiel escape from taughof ja wir landen wieder auf streets und ich habe heute dabei und zwar hier die marker möchte das mal machen mit den revisionen und da schauen wir jetzt gleich mal auf dem map ob hier irgendetwas ist wir müssen da noch vorne da ist auf eure gefälle was gespawnt den halm den halm den halm ne ich glaube das ist in dem gebäude da drin ja hier rucklitz ich höre dann und und wenn der ist wieder raus ja nix mehr ist der vielleicht drauf ja nix mehr ich sehe keine bewegung ein bisschen ruckelt hier ganz schön ein bisschen ruckelt hier Das Badezimmer oder die Toilette? Hier das Badezimmer. Mit Sauna? Hier das Badezimmer. Keine Bewegung. 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 Das war's für heute. dann schauen wir mal wir müssen weiter nach unten schätze ich mal revision und revision wir müssen nach unten so Hier ruppelt es aber gewaltig. Hier ruppelt es einfach. Das war's für heute. Ich bin hier noch auf dem richtigen Weg. Ja, wir müssen noch viel weiter runter. Das war's für heute. Wo ist er? Lüben läuft was. Das war aber ziemlich nah. Oh, da läuft was. Das war aber der nicht. Oh. Der kommt von da oben. Der kommt von da oben. Das war der Scharfschütze. So, wir müssen noch viel weiter runter. Das war's für heute. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier bleiben wir mal. Okay, ich muss dann irgendwann mal da rüber. Das war's für heute. Bin ich hier richtig? Äh, nee. Okay. 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 I'm herein. das musste dann eigentlich der panzer hier sein und jetzt müssten wir wieder zurück und rüber können aber auch da vorne durchgehen bin ich hier richtig hier kommen wir nicht durch musste eigentlich das ist alles hier so groß und jetzt müssen wir darüber hier könnten wir mit dem auto raus das ist schon mal gut gewollt fertig und wo kommt er ja irgendwo von da oben ja irgendwo von da oben ja 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 also die stelle hier gefällt mir überhaupt nicht da ruckricks ja ohne ende schauen wir mal dass ich zurück komme dann ja du h du 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 wir gehen raus wir sind draußen jawohl 2.944 ist schon mal gut und ich habe gesehen zwei quests sind fertig die schauen wir uns gleich mal an so viel haben wir ja nicht mitgenommen aber das reicht schon mal fürs erste die tauschen können nicht immer voll sein die granaten tun wir gleich mal da rein sortieren so er kommt weg das restliche sortiere ich dann ein und jetzt schauen wir mal bei die händler recker peacekeeper meine aufgabe und zwar ihre vision die machen wir fertig und 2 2 übergebe die funksender wo einen habe ich gut finde programmierbare prozessoren gut und er ist gefährliche straße überlebe und entkomme aus wir auch sehr schön was haben wir bekommen vom peacekeeper us dollar und vom therap ist aber nichts bekommen auch hier wenn wir brauchen sehr schön fähigkeiten ja es geht aufwärts stärke haben wir stufe 10 erreicht ausdauer stufe 6 perfekt und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder danke fürs zuschauen servus